Hallo, mein Name ist dieser Zimmermann von Remax Panorama. Heute darf ich Ihnen dieses schöne Gartengrundstück vorstellen, welches Sie entweder ganz nach Ihren Wünschen bebauen können oder als eine grüne Rückzugsoase nutzen können mit vielen Plätzen zum entspannen. Kommen Sie mit! Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.